Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hearthstone. Ich muss noch eines dieser Dinge machen. Spiel drei Spiele im Modus spielen. Schön. Mach doch mal. Ist eigentlich egal welchen, oder? Wartezeit etwa drei Minuten. Willst du mich doch gescheißern, oder? Ganz ehrlich? Nö. Was? Was soll das denn jetzt? Das ist aber nicht so nett. Das macht er einfach aus. Der Penner! Spiel wird fortgeführt. Schön. Jetzt habe ich plötzlich einen Gegner bekommen. Ja, das kann sein. Ich bin zuerst dran. Super, ich will aber gar nicht. Äh. Das ist viel besser. Aber auch noch zu teuer. Mein Gegner will noch aus. Hervorragend. Schneller! 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 Irgendwie. Das ist ein ganz schöner Alarm-Arsch. Wie lange hat man denn bitte Zeit dafür? Hallo? Du hast drei Karten. Drei verdammte Karten. Meine, meine Fresse. Ist der vom Rechner abgehauen? Ah. Euer Zug. Perfekt. Gegner ist nicht mehr da. Was? Mein Gegner ist nicht mehr da? Perfekt. Wow. Das war ein glorreicher Sieg. Was? Wie albern. Hm. Das sagt mir jetzt gar nicht, wie lange es dauert. Irgendwie ist heute der Wurm drin. Würdiger Gegner. Wunderbar. Reksa gegen Uta. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Lass die Jagd beginnen. Ah. Ja, komm. Bringt ja alles nix. So viele billige Karten habe ich ja nicht. Ja, komm schon. Ja. Herr Maier. Keine Option. Einsatz bereit. Wenn der da einen mit Spott draußen liegen hat, ist das schon gar nicht so schön. Mist. Egal welchen ich angreife, die töten dem beide. Mist. Ich hatte gar keine Wahl. Okay. Melde mich zum Dienst. Dieser verkackte Gottesschild. Hä? Was kommt der denn her? Müsste der nicht tot sein? Irgendwas habe ich da gerade nicht verstanden. Hä? Nachtklinge. Ich frage mich... Ich bin mir nicht so sicher. Das war, glaube ich, weniger klug. Die Tore sind geöffnet. Ach, scheiße, Mann. Sechs Mana, was kann ich dafür denn beschwören? Was? Achso. Das war's. Nö. Achso, doch. Je nachdem, was er für eine Karte spielt, kann er den natürlich weghauen. Die Tore sind geöffnet. Ach, ernsthaft. Die Tore sind geöffnet. Ich habe nichts mehr. Nein, ich habe nichts mehr. Ah! Das war's. Bitte. Wow, ok. So, jetzt habe ich noch 4 Mana. Genau. Ich bin bereit! Mist! Ich hätte einen anderen angreifen sollen. Das lief insgesamt nicht gut. Er zittert vor der Macht Sturmwind! Mal ganz ehrlich. Was habe ich denn da für eine Chance gehabt? Ohne eine riesige Kreaturen? Und ich? Nö! Ich habe ein riesiges Gewehr! Achso, man hätte sich das noch angreifen können. Wenn er mir jetzt noch einen da lässt oder zwei kann ich gleich den Schlachtzugsleiter spielen. Geladen und entsichert! Geladen und entsichert! Melde mich zum Dienst! Ja. Ich werde erst mal Pferde lesen und hoffe, dass irgendwas Gutes dabei ist. Das ist natürlich nicht. Das kann ich nicht tun. Natürlich kannst du das tun. Hilf doch! Nein! Ach komm schon! Ach komm schon! Ist das mein Server oder mein Internet? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Er zittert vor der Sturmwind! Das habe ich hier unten verloren. Was soll ich denn machen? Naja, fast. Ich komme doch mit einem Hitpoint raus. Da brauche ich nicht mehr spielen. Das lohnt sich nicht. Ja komm, jetzt mach doch was! Muss das sein? Ich habe nichts mehr! Ich kriege doch keine Momospunkte dafür, wenn er mich glücklichst mächtig verhaut, oder? So, eins noch. Irgendwas ist hier nicht richtig. Na gut, aufgrund der schrecklichen Internetqualität würde ich das hier einfach mal abbrechen. Würde sagen, war halt eine halbe Runde dieses Mal, aber was soll's. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen. Und falls ja, würde ich mich über ein Like freuen und auch über ein Abo. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!